Ja, wenn der E geskillt hat und ich stehe in der Minion Wave, GG für mich. Was? Was? Oh. Was? Die dürfen auf jeden Fall, die darf ich auf jeden Fall nicht feeden, weil der Mumu gefeedet hat. Die haben schon ein paar Mal gespielt, AP. Aha, Mumu top, hört sicher jetzt erst. Feed Mumu. Erziehung mit der Rückhand. GG. Run, run, run. Guck mal, der Affe spielt auch im Gegner-Team mit. Und da los. Hilf, Affe. Ich defle Red und invade Late alleine Blue und schnapp mir den Blue. GG. Komm. Was machen? Ich hau mir einen Blue auf jeden Fall. Echt jetzt? Klar, ich mach Red-Pot an, mach einen High-Pot, der ist sofort da und mit Tiger. Der Summoner's Wind. Niki. I got Wins. Außer die töten mich hier an den GG. Herrick, Wardenma in meinen Jungle. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass die Sinus für eine gute Idee halten könnte, mich zu Counter-Junnen. Hier, in 60 Sekunden Ward wäre nicht schlecht hier. 60 Sekunden Ward. Da ist ein Luxus, der... What? Oh, irgendwo der Flash, ey. Was ist das denn? Der hat viel zu spüren. Nein! Loob, Alter. Soll ich das Q für dich blocken? Ich hab selber keinen Flash. Lux hat gleich... Ja, sehr gut. Mach gleich so. Lux hat gleich ulti. Was ist denn mit dem Blue-Buff, Alter? Ey, Krun. Krun ist einfach nur Wahnsinn. Krun, dann. Der ist nicht ernsthaft immer noch AFK, oder? Ey, übel. Ey, was ist denn mit dem los, Mann? Wir sind doch hier im Team ranked. Vielleicht sehen wir Sichtiges passiert oder so, Mutter hingefallen, weiß man noch nicht. Ja. Geiser, jetzt kann ich den hier nicht sneaken. Die sind immer noch da. Krun, das kann nicht dein Ernst sein, ohne Scheiß. Was denn? Du bist einfach AFK. Du bist einfach AFK. Pinkeln, Mann. Wie lange, denn? Alter, bist du ein Rentner, oder was? Musst du das Ding erstmal anmachen mit der Maschine? Ich hab jetzt ungefähr 25 Qs da reingemacht, die sind immer noch dort. Boah, scheiße, ich hab mich fast nass gemacht, ey. Boah. Ivan, soll der Scheiß, Mann. Boah, ich war gerade am Trinken. Nein, so der Smiley ist ein Rettner-Krun, ey. Oh, gib ich dir Smiley, das, Bro. Oh, geht's kein Dings. Mit das Müß? Ein Wort. Early Top-Lane, ja, seid down. GG. Rot-Lane läuft. Kommst du Top-Mann-Torn-Pendrill? Da kommst du nicht. Ja, sorry, Maxima, war dumm. Nach dem Geisterkind. Aber ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren, nicht du. Ich hab ja gefehlt. Ich muss auch, ich will ja überleben. Oh, shit. Das ist ja eine Katastrophe, ey. Warte mal, das war alles, hast du nicht gesehen. Das war eine andere Liebe und hast du nicht gesehen. Und die steißen, also. Na, warte mal. Baric hat doch keiner jetzt den Wort aufgestellt. Was soll ich da machen? Da kommt ein Q in Richtung. Oh mein Gott, ey. Boah, ich muss mich konzentrieren. Da kommt der Q und er ist tot. Oh Gott, ey, ich glaube nicht. Der war hier an Wort auf und hier. Ja, der war mit der Wohin, chill doch mal. Ich kann doch nicht mehr auf der Lane. Ja. Fast der Minigü, Lars-Hill. Boah, der Hup ging einfach durch. Keine E, das Scheiße. Kannst du noch mal kommen? Kann man auch noch mehr, ich hab keine Beobachtung. Maxima, hättest du dich mal konzentriert. Der war hier an Wort auf. Ja, ich musste mir Gold holen. Ich hätte lieber Blutscrank gehabt, ey. Oh, die macht ja kaum damage, die Lulu. Die AP oder was? Oh, nur Lulu. Sinn ist top. Der beste First Blood ever, echt. Definitiv. Detainy Veeve. Nice. Dieses randomne Vorstellen von Minions. Ich bin jetzt immer noch Clip. Da, was mit drin ist? Könnte ich mir nehmen, so. Ich mach jetzt erstmal nix mehr, ne? Oh, fuck. Boah, alter, der macht ja... Boah, macht der denn schon viel damage, ey? Na, was ein Glück, dass ich da war. Ich bin auch noch gedodcht, wenn ich nicht gedodcht hätte, wenn ich so da draufkriegen. Da, was ich nochinahe. Der ist umgelaufen, ne? Oh, Ramoomu-Wordet. Also, er von der Lane kam. Ich hab noch Ignite, ich hab alles. Oh ne Alter Kegel Das ist ein Minion Das ist voll aus Jetzt den River gewartet Lulu Jens, kannst du runterkommen? Ne, gerade nicht Sehr gut, sind wir Sehr gut Einfach nö Einfach nö Ich werde die ganze Zeit zu mir abgelenkt Na ich meine ich habe Lanta Mit 15 Lass mich wenigstens über 6 machen, ich habe das Gefühl, sonst geht das trotzdem in die Hose Na ja, mach du mal Geh dann aber auf Dings, auf Lulu Macht so viel Schaden mit dem Minion Wave, brutal Hätte ich gedacht, ich trage den als EZ Boah lol, der ist auch noch hier, Mann, der Typ Der hat, der hat, komm mal jetzt hierher, ich kann sehen, das ist ein Freakill So, wir gehen Richtung Top Der hat S6, der hat Ler 6, Alter Der ist 6 Ich bin gleich, bin gleich Top DG, Mann, der kann mich insta-lusten, glaube ich Na, ich will auch sagen, könnte ich da jetzt reinrolle, Alter Okay, er hat keinen Q Geht rein, ich kann jetzt nicht mit dem Minion Wave, töte den einfach So, Misery Er ist auf jeden Fall tot Der will dich haben, noch unbedingt Ich komme nicht zum Taunt, jetzt habe ich ihn leider nicht Du musst mal noch einen Auto-Attack auf die Minion machen, Peric Ich habe noch nicht genug Schaden Pass auf, Lux-Holdi, Lux-Holdi, pass auf Da kommt sie schon, da kommt sie schon Surges Kein Scheiß-Con Hey, der muss sich ja helden, oder? Ja Ja, da kommt halt, hat alles dran Mach, lauf einfach weg, Alter Okay Ja, Maxim Maxim Was machst du da? Ich bin der Q-Roboter Kann ja nicht wahr Ja, da kann ja so wirklich Seelen mitnehmen Seelen, obwohl wir keinen Ward haben, komme ich gleich killen Scheiß Solo Schon inzwischen Level 6, ne, ne? Jetzt gerade Die sind nämlich auch gleich Level 6 Und dann ist mit Killing, glaube ich, ganz schlecht Die Fuhren Die Brush gewartet Maxi hat auch kein Mana mehr Mach da einfach ein Auto-Attack, Maxi Ne, dann queet er mich Nervig Wisst ihr? Ja, aber Also ganz ehrlich, ich glaube selbst wenn ich jetzt hier komme, Alter Ne, das bringt nichts, wir haben keinen Mana Muss doch mal Back Muss mir mal ein Philo holen Die wird's gedeckt Grun, boy, grun Die Eternity, we shall stand together Die Mitte ist ein Freak hier, eigentlich So haben wir eigentlich Katharina genommen Hm? Kommen wir mit Katharina into Lulu Der macht hier ganz schön viel Damage da oben, ne? Ach ne, selber, nur mit Aber du hast noch keine Markiere, ist ihr mit, ne? Oh, das war ja nicht schlecht gemacht Oh, fuck Scheißschlecher, ey, da Ja Trotzdem 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 gut Die muss Back, ich nicht Mumu ist miss Ich bin nur die Lüfter ab Was gut ist, du kannst hier eben loogeln Ich brauch keinen Aber klar, dass wir hier hinten sind Der Kick Ja Ein Q macht Damage Oh, run, boy, run So, die hat nur einen Pink mit Das heißt, die kann nicht alles wegmachen Ich komme jetzt auch gleich runter, ich habe gleich Hunger Die hat zu einem normalen Ward Ich komme jetzt runter Ich komme jetzt runter Ja, doch Oh, die habe ich schon So, die hat immer gegen Krulia Machst Lulu Oh, Lulu hat noch eine Position Geht auf Lulu, geht auf Lulu, geht auf Lulu Snack sie euch, snack sie euch Oh, nice Was? Die ist da raus geflasht? Nicht tot. Oh shit. Hey Lul, warum ist das Ignite draufgegangen? Oh, Ivan. Hast du die Eugen gegratet? Ja, hast du Eugen gegratet? Ja. Oh shit. Lukas kommt auch. Ich hab eigentlich nochmal geflasht. Macht den Dragon, oder? Ja, Lukas kommt der. Top ist down jetzt. Dann kann's übelst gar aus der Abumu-Ulti rauskommen. Lass uns Strang machen jetzt. Go. Pull ihn raus. Am besten. Und dann GG. Oben steht sie drin. Also wenn du da einen Hook reintriffst, Peric. Ich krieg hier ganz schön Schaden. Das ist super gefährlich. Lass uns wieder abbrechen. Lass ihn abbrechen. Ehrlich? Oder? Jetzt kommt der Lul, 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 Slater. Oh my God. Ja. Aber unsere Dragons sind immer voll Nul-Drags. Echt, ey. Oh my God. Wir hatten auch keinen Pink. Achso, ich hätt den Pink machen können, ja. Ja, aber die wussten ja. Aber die wussten ja sowieso, dass wir da sind. Also ganz ehrlich. Ob ich da jetzt einen Pink reingemacht hätte oder nicht. Jens wär trotzdem gestorben. Vielleicht halt auch n'Xaus. Ich halte davon, wenn wir den Corki töten. Ja, wenn man nicht schlecht. Mein Gott, geht der mir auf den Sack, ey. Lass ihn machen, Alter. Ich komme. Teleport, kein Bot. Teleport, kein Bot. Der ist getauntet. Danke. Ey, der Minion sieht mich. Der Minion sieht mich. GG. Was ist denn hier noch? Oh, das ist das. Gib mich hier fast. Lux ist mit, bitte. Ja, hier ist ein Wart auch, wo du bist. Ich muss pushen. Ich muss pushen. Ich muss pushen. Wieder ist Lux wieder. Ja. What? Das wären alles Tank-Minions. Der war aber nicht. Komm auch gerade hoch, Alter. Ich glaube, da ist jemand hinter dir. Er ist gebaut. Er ist Lux, ne? Lux ist übrigens Bronze. Hä? Da spielst du aber noch nicht gut. Bronze 2 ist die. Ja, gut. Das kann ja noch ein Smurf sein. Ne, das ist kein Smurf. Die hat 745 Normal Games. Ja, er kann auch noch eine andere reinloggen. Ja, gut. Also, ich meine. Gut, er kann genauso gut in einen Diamond Account jemand als einloggen. Also, ich meine, what the fuck. Ja, deswegen. Ja, total. Oh, fuck. Oh, fuck. Die 10, Alter. Dammit. Lux spielt halt gut. Ich kauf halt bloß keine Wards. Also, ich hätte noch nie ein Ward gekauft. Und da steht genau auf der Lane. Ja, den hat die Syndra gestreift. Hm. Genau. Also, Lux ist die ganze Zeit free kill, wenn ich so nicht da ist. Einfach Torn, ich kann meinen Ultian machen und sie stirbt. Hey, lass mal, du musst nicht aggressiv sein. Ich kann ja die ganze Zeit mit dem Q-Farm. Das ist Blue-Waff, ne? Ja, ja. Wenn ich Spam wie ein Geisteskranker. Alter, die trifft mich da hinten noch mit... Ja, hier ist... Warte mal, hier. Ja, ja. Da ist die Alice in Star. Ich hab für dich die Wardet kommen, ne? Das ist nice. Ich hab keinen Schäuble. Wäre nice, wenn du einen Gank machen wirst. Das wäre nice. Hätte ich hier irgendwo dann Pink? Ja, ich kann aber meinen Pink nicht einsetzen. Nee, ich hab da doch keinen Ward mehr reingesetzt. Hast du Bock, dass ich runterkomme, oder geht dann nix? Oh, what the fuck? Hast du gar nicht verstanden, oder was? Ah, hier ist ein Liss in, lass mal abdrehen. Hier ist ein Liss in, lass mal abdrehen. Ich weiß gar nicht, warum der botten muss. Oh, what? Oh, what? Er ist einfach mit dir zerstören. Ja, ich glaube, das ist gut. Oh, wie viel er reintuscht. Das riecht eigentlich nach Tod. Das riecht 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 nach Tod. Kommt, der. Ja, wo wir gesehen haben, einfach wie ein Boss. I am a big one of the way. Irgendwo scheint sie doch ein Ward zu haben, keine Ahnung. Hm, wahrscheinlich eigentlich auch wegen der Wraith, als sie durch die Brücke schwachen. Ich warte nochmal auf die nächste Wraith. Oh shit, schon wieder der. Du formst gut, Grunt. Das ist schön. Na, farm ist alles selbst. Diese Insect-Place. Was ist das, dass er hier tatsächlich ein Ward ist? Oh Gott, ey. Na, der Ward ist gerade kaputt gegangen. Warum kann jeder diesen komischen Move? Echt. Jeder kann einen. Mit Flash ist das übelst einfach. Ja, mit Flash. Hat er geflasht? Er hat geflasht, oder siehst du irgendwo ein Ward. Na gut, stimmt. Oh, Momo. Kriegen wir den? Ja. Nein. Er hat auch hier gerade ein Ward. Kommt ein Lux hier rein. Hier ist ein Ward. Achso. Hat der Momo gerade gesitzt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich dich sogar besser retten können, da. Weil ich hätte einfach den Insect-Move abhaken müssen und dich dann rausziehen. Da ist ein Ward. Du hast dann eh gemacht, weißt du, Maxim. Dann warst du nicht mehr in meiner Lantern-Range. Moment, ihr wollt hier rausgedrückt. Ich hab vorher mein eh gemacht, das war's. Ja, ja. Ich bin natürlich vom Farm her noch krasser wie Heinz. Wann hast du den nächsten Town? Zwei Sekunden. Du bist auf dem Weg. Oh, mein Schaden. Oh, lol. Riechst du denn hier noch, den dicken? Wow. What the fuck? Ich hab die Combo gefehlt. Oh mein Gott. Oh, gut. Was ist auf Doom, Alter? Wo läuft der denn lang? Warum läuft der nicht nach unten rum? Bist du noch mal reingegangen, Quam? Ja, sonst wären die ja auch gestorben, sonst wären die ja nicht abgedrückt. Nee, wir waren safe. Oh, blöd. Das Game sieht schon aus. So safe anscheinend nicht. Ja, ich war extrem safe. Ich hab jetzt nur ein bisschen gegen Gleas hingekommen. Jinssen war auch raus. Die waren alle safe. Hä? Ja, warum ist er denn gerade gestorben, wenn das safe war? Ja, weil wir... Okay, ich hab uns, Alter. Mal ein Game ohne Fieben. Ein Game. Ich hab nur ein Tod. Ich hab nur zwei. Das ist doch der einzige mit. Du hast auch zwei Tode, Ivan. Das ist doch ein Auto. Das Gute ist, ich hab Teleport. Ja, das bringt uns nicht wirklich weiter. No, no, da rum geht jetzt gleich ein Kill. Ich weiß gar nicht, warum. Nein, Alter. Ich zeig dir, warum ich Teleport abkriege. Komm jetzt. Hauptplane ist immer noch Lisa. Nein, für gut. Ich hab Chiki. Oh nein. Oh nein. Da gönnt er ihn durch. Eigentlich hat er schon거in. Mitte pushen. Da ist ein Sim. Naja, Mitte pushen. Wenn noch nicht mal der Bot Tower da und das versteh ich nicht. Super von Mumu, Alter. Würde mich verarschen. Der KING ja den Bot Tower nicht down. Das Thema töten. Ja, komm mal Gott. Ja, den Bot Tower kriegt er auch nicht down. Brake wird wieder die Warte Willst du ihn noch? Ja, willst du ihn hinterher noch? Ja Oh, Didi Er ist tot Er ist tot Bestimmt ihn sein noch Kein Schild mehr Der ist tot, Alter, ich hatte ihn einfach noch Ja, und der hat Ulti Weil ich weiß, dass der Ulti wieder abhört Ja, und wenn der Todansage kommt Dann denke ich mir immer, das soll heißen, hört auch drauf zu haben Ja, hab ich auch gedacht, deswegen hab ich auch nichts mehr gemacht Dass der wieder Ulti hat, das ist ja cool Der ist ja nicht mehr so hoch Auf Level 2 ist er nicht mehr so hoch Na, Klausi noch hoch Ja, klar hoch, aber nicht so hoch 100 Sekunden, Leute Einfach wieder in der Mitte Obwohl unser Problem nachher später Leute, in der Mitte brauche ich Hilfe Hier sind gefühlt drei, vier Stück Mitte Ja, ich bin sofort da Da war doch noch ein dritter, oder? Ich bin nicht drauf Und mal B Und einfach What the fuck, das Keyword nicht getroffen Was macht der denn, Alter? Was macht der denn, Alter? Der will mich wirklich, der will mich wirklich chasen, Alter Der will mich wirklich chasen Ah, wieso kriege ich den Keyword? Ah, damn Hier, ich taunte die Ich glaub, ich hab die falsch getarnt Äh Ich sende es nicht Ahhhh GG Ich dachte, wir können vielleicht einen von denen bursten, aber Ah, du bist nicht Ey, ich kann nicht, ja Wir werden einfach mal groupen und teamfighten Manchmal die droben hier alle umher, wie die Bossen Die müssen einfach mal sterben Dafür Für Für das, was sie tun Mein Buber Ja, so Wichser Ja, da hab ich dich mit reingebaitet Jens Das war ein bisschen Ja, irgendwie seid ihr alle für meine Tode verantwortlich Hm, ich glaube nicht Komm Jens, wir machen Drachen Komm, der Drache, töte dich Komm Jens, ich mach mal ein Ulti und geh hinterher Komm, sterben Lass, der ist tot Was ist da los? Was ist da los? Alles nur, weil ich keinen Blitzcrank hab Lass sie mal töten, also dass wir gewinnen Der in der Mitte ist Bronze Oben ist Amumu top Oben ist Amumu top Angeblich Wenn der Bronze ist, dann heißt ich an Burs So wie er spielt Also ich, ne, wollte grad sagen Er spielt aber nicht wie Bronze Also ein, oder er ist einfach Keine Ahnung Oder er spielt einfach nur passiv Aber ich weiß nicht Jetzt spielt er ja ziemlich gut Also er trifft immer relativ gut, muss man Ist auch oben, ne? Langsdorbe Momu ist Ist das eigentlich nur so ein Blubup, gibt Ihr kriegt hier noch? Ne Er ist egal Ne Der Mumu ist nicht der Carrier Dings ist der Carrier Koki Boa, halt Tower, halt Die haben einfach Tower Guck mal hier, schleicht einfach Den Hulu rum, Fried Komm, ihr zogst auf Doom Schleicht Was? What the hell? Wo stand die denn? Ja, reicht dann schon Ähnlich Weisst auch nicht, ich Ich will auch eigentlich nicht rein gehen Ich mach dem einfach kein Dämmnis, Alter. Nicht die Wahrheit, nicht die... Oh mein Gott. Alter, der kommt echt weg. Heck mich da vom Arsch. Unser Jungler, was macht der? Der ist nicht da. Da bin ich! Da ist er. Oh, die Lulu. Die Lulu, Mann. Hier einfach keiner ist gestorben, Alter. Ja, ich hätt ihn auch mit dem eh hinterher gekonnt. Aber es war auch wenn er zu riskant war, der wär schon auf jeden Fall gestorben. Wenn ich da reingegangen wär. Sehr gut. Das Problem ist, ich kann nicht einfach Rostung stacken. Dion, bist du da noch alt? Pass auf, der Koki kommt bestimmt auch noch mal. Naja. Koki kommt. Bin ich da, hätte ich gesehen. Ist er low, Koki? Hab ich's nicht gesehen. Nee, Koki ist nicht low. Er ist gefeedet wie ein Boss. 9-2, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Double-Buff hab ich gehabt, Alter. GG, Mann, ey. Lass mal die Lux töten. Was denn? Soll ich jetzt reagieren, oder? Ich hab jetzt nur gefahren, einfach nur. Nein, ich bin... Ich hätte einfach nicht Trash spielen sollen. Von da. Ich spiel Trash zu selten, Mann. Ich kann den nicht im Rank spielen. Von da, von da, von da. Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Comeback, ey. Was wollt ihr machen? Katharina, interruption? Oder warum hast du das gemacht? Läuft! Ja, weiß ich nicht, ey. Ich wollte, wie gesagt, auch gar nicht Trash spielen. What the fuck, ey. Ja, aber... Ich hab mir schon gedacht, dass... Ja, natürlich haben die Misplays nix damit zu tun. Aber trotzdem. Ich wollt's nur noch mal gesagt haben. Ja. Ja, normal. Weil ich Spotlane halt mega gefailt hab. Naja, wenn wir den taunen sind. Komm mal mit Home Guard taunen. Na, ich muss halt auch mal mitnuden. Chillt auf der Bot. Toplane, fünf Jahre. Dann hat's schon wieder. Free blue, free break. Hm. Da haben wir ja auch nicht, ja. Zwei Home Recalls. Wo Gott's sagen. Einer ist weg. Lass uns Drake machen. Lass uns Drake machen, wenn er noch nicht da ist. Weil wir brauchen einen Pink. Hier ist Ludo gleich vor dir, glaub ich. Ich hab keinen Pink. Drake ist da. Haben wir alles gemacht, ja. Ah. Was am Mumu? Ah, ich hab auch... Das ist total kurz. Ich hol mir jetzt einen Oracle. Vorsicht, da kommen ne Lux. Die haben ja alles gewordert, ne. Das war doch ne Krotzung. Ohne Scheiß, um da Vision zu haben, was müssen die da gewordert haben, frage ich mich. Hier. Nee. Da können die nicht hier unten sehen. Never. Ich glaub, die kommen jetzt alle zu Ivan rüber. Ich glaube auch, ich muss mal mit der Rot. Ja, ich komm auch mal. Ja, ich komm auch mal. Da hat's grad gespawnt. Ich komm zum Drake. Ich versche Mitte. Ich versche keine Mitte. Bestgemacht, GG. Und? Lass doch reingehen! Oder nicht? Aber nicht. Nee, okay, bin tot. Na, lass, lass. Boah. Wir haben halt auch genau kein Wort draußen. Ja, die hat einen Oracle. Was erwartest du? Die hat den natürlich gerade alle gecleared. Kein Wunder. Okay. Was ist der krasse Gamechanger-Plan, damit die noch gewinnen, Lennart? Irgendwie noch nie, ne? Ja, auch noch. Koki taunten. Late game. Ja, wir müssen einfach mal... Ja, Koki hat halt einfach... Koki hat 300 AD. Nee, bin ich nicht jetzt. Ich bin nicht da. Um so einfach die Tower zu verteidigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, die Lux, Alter. Ich bin auf dem Weg. Lass mich ja drauf räumen. Ich spotte ihn, spotte ihn. Ich spotte ja keinen. Ich sterbe ihn. Wieso denn nicht? Er ist nicht gespottet. 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 Da bin ich da. Boah, das ist ein Spott. Mach Fenta. Ja, mach irgendwas tot. Mach irgendwas tot. Kann ich nicht. Oh Gott, das sieht so traurig aus. Oh mein, das ist richtig traurig. Stirb doch! Nein! Wenn du hättest ihn vorne einfach spotten wollen, Mann. Ich hab doch gespottet. Das Game. No. Aber nicht nur... Aber nicht nur... Völlig nur. Das Game ist GG, Mann. Das ist das Game GG? Ja, ich weiß nicht. Weil die ungefähr 15.000 Gold vorne sind. Da haben wir Epic Fail Plays und dort, Alter. Ey, Mistmarin. Wie wird man besser im Ranked? Maxims Video gucken. Besser während im Ranked. Follow-up. Oh mein Gott. GG. Oh mein Gott.